Ah, nehmt das schnell da runter. Na, da, na, na, na. Bringt erst mal die Steine in Sicherheit. Und ja, euch kann ich da mit dem Holz weiterbauen lassen, erst mal. Na, hört auf damit. Nein, du auch nicht. Alle weg. Alle darüber. Mann. Keine Ahnung, er arbeitet im Korri. Totale Verkalkulation. Rettet die Steine. Äh. Gut. Jetzt könnt ihr den Korri gehen. So. Jetzt geht's. Okay. Ja. Gut. Bye. Unde. We. 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 Bye. Okay. so kann man es auch machen das ist doch simpel und komm räum auf Da ist nur One. So, jetzt darfst du weiterarbeiten. Wieso habe ich eigentlich wieder im Build 7 und im Quarry 6, äh, auch 7. Jetzt gerne so, dass im Quarry 8 sind und im Build 7. Äh, im Build 6. Okay. 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 So. Okay. 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 ... ... ... ... ... Das ist auch schwierig, hä? die steine ein jetzt wieder zurück an die arbeit so und der geht einfach wieder auch gut so 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 Okay. Aber ja, der Bau geht voran. Das ist auf jeden Fall sicher. Ähm, hilft mir da das X-Way? Nee, in dem Fall hilft mir das X-Way nicht. Müsste ich das Dach wieder wegmachen, dass ich da reingucken könnte. Naja, komm, wir machen das Dach erstmal hier weg, weil wir sehen ja, wie es innen, wie es nachher geht. So. Könnten wir theoretisch hier, ist das die richtige? Nein, das ist eins zu niedrig. So können wir hier, äh, Salz zu hoch war das. Aha, eh. So, ranpappen. Und hier wenigstens ein bisschen was an Plattformen machen. Hm, das war das falsche Teil. So. Dass wir wenigstens etwas Plattformmäßiges hier hätten. Und ich hoffe, es ist alles schon wieder weg. Aber ja, Steine kommen rein, Steine werden benutzt, sehr gut. Bitte tu die Steine da rein. Oh nein, du solltest eigentlich nicht bauen. Du solltest eigentlich in den Crowey weiter machen gehen. Okay. Gah! Geh! Gah! 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 Aber ja, es wird wirklich langsam. Und das Holz hier draußen wird auch über weniger. Das heißt, ich kann auch anfangen, hier wieder die Stockpiles abzureißen. Dann haben wir bald außerhalb unserer Burg gar nichts mehr außer dem Kristall und den Narben, die wir hinterlassen haben in dieser Welt. Gah! 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 Sollten sie aber bald wieder in der Lage sein, mit dem Holz hoch zu hüpfen und da weiter zu bauen. Eigentlich. Oh, sie nehmen auch Holz. Sehr gut. Ah, schwebende Holzplanken. Ja, schön. 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 Ja, bringt mehr Steinchen. Sehr schön. Du bist echt einmal darum herum gelatscht. Ja, schön. 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 Ja. Also, ja, bauen wir erstmal hier. Das schön fertig. Dann werden wir auch Holz los. Habe ich eigentlich gesagt, dass da Holz... Nein, ihr darf nicht irgendwo mehr was abgeladen werden, wenn es einmal aufgeladen wurde. Und es wird wieder einfach hingepackt, auch gut. Okay, aber ich würde jetzt sagen, es ist mal wieder Zeit für einen Cut. Wir kommen ja voran. Jetzt machen wir wenigstens auch mal was anderes als nur... ...Lächer auffüllen. Ich bin aber langsam echt zufrieden, wie das hier vonstatten geht. Ja, also würde ich sagen, speichern wir. So, save override. Und dann gibt es hier erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich. Also, bis gleich. Also, bis gleich.